Und das macht sie jetzt langsam, weil so zählt ja nichts, was passiert. Ganz langsam, slow motion. Wenn sie kommt, bin ich schon da. Das ist jetzt langsam. Eins, zwei. Ihr könnt mit ins Gesicht gehen, über die Augen. Ihr könnt aber auch nicht sein und uns trainieren. Hauptsache, diese rüste Bewegung. Eins, zwei. Ach so, eins, sagst du mal eins genau? Eins ist ein kleiner Schritt und gleichzeitig nämlich den Arm weg. Das ist jetzt kein Block, sondern... Nein, nein, hier. Und wenn ich das mache jetzt, wenn sie kommt, mache ich erst mal das und dann das. Okay. Ich bin rechts. Was hast du mit dem hinteren Arm von mir aus gemacht, gesehen? Also einfach so... Respekt, damit du mir nicht gebetest. Das Dinge weggebetest. Kannst du mich auch direkt machen, das Dinge auch. Das ist langsam. Da geht es eigentlich nicht so richtig. Das ist jetzt ein dickes Schwind für die Geschwindigkeit ab. Wenn sie auf die Tugel oder so, das machen wir nicht. Ist nicht gut. Deshalb machen wir das seitlich. Wegräumen. Und runter. Nein. Ja. Einmal schnell kommen. Ist ja halt zu sitzen. Und nicht so zu essen. Nein. Halt dich doch nicht. Wichtig. Eins, zwei. So. Normalerweise fallen lassen. Nicht schützen. Ihr schützt euch, bitte. Seid zu lieb. Probiert es. Das ist ein Schritt. Das kann jeder und dieses da sein. Aber die ganze Schritte. Nicht von da kommen, sondern ein Schritt von hinten nach vorne. Das muss gar nicht schlimm sein. Wir machen es langsam. Die Gegenreaktion ist dann schon so, dass man da... Das ist wirklich gut. Danke. Probiert es.